Ich kann nicht ahnen, dass da schon wieder so ein dickes Nest von Idioten ist, die da rumgucken. Er will die ganze Stadt so führen. Wird auch Zeit. So. Da läuft jetzt auch einer. Aha. Warum lässt sich die Leiche nicht auf? Noch ein Artefakt, Leichenbestatter. Wirbelwind, gesunder Appetit. Ich habe doch hier. Hm. Ich werde etwas schweben, wer will. Herr Hans, da ist. Wir wollen das Bild hier haben. So. Hier hoch. Da ist eigentlich auch eine Strecke von da nach da. Ein, aber bloß nie eine Richtung. So. Kann man hier. Ich springe. Vielleicht muss ich eher da unten lang. Da geht es zu Trevor. Mieser, dreckiger Abschauen. Hier gerade keine Runen oder so. Da ist eine Ruhe. Da müssen wir hin. Komm, wir schütteln dich rüber. Aber klar. Das Rockweil-Schlachthaus wurde von Staatsfeinden sabotiert. Die Verantwortlichen befinden sich bereits in Gewahrsam. Bleiben Sie dennoch wachsam. Bleiben Sie dennoch wachsam. Bleiben Sie verdächtige Aktivitäten umgehen der Stadtverkehr. Ja, was da ist. So, wir gehen da hin. Und jetzt da hoch. Und jetzt da hoch. Bandy Rothwild, Gründer des Rothwild-Schlachthauses, wurde von Staatsfeinden ermordet, während der Heldenhaft versuchte, einen Sabotageakt zu verhindern. Melden Sie verdächtige Personen umgehend der Stadtverkehr. Okay, das war nice. Schäubungspolzen, Münzen. Was? Hast nichts gesehen. Doch raten. So, ausgeschaltet. Da hinten lang. Gut. Warum kommen da auf einmal Ratten hin? Warum kommen da auf einmal Ratten hin? Hinter ihm. Doch! Ich brauche mir mehr. Oh! Oh! Oh, später! Oh! 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 Ich kann's probieren. Das Öl muss aufgebraucht sein. Wir wissen, dass du hier bist. Das Öl in diesen Dingern ist viel zu schnell alle. Ich werde dein Versteck finden. Helft mir ins... Hier! Was ist passiert? Hast du was vom Kopf bekommen? Hörst du mich? Da bist du ja. Keine Schmerzen habe ich. Oh! 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 Also, ich mache definitiv kein Chaos heute. Keine Sorge. Wustlose Wache. Wache, Wache, Wache. Ich glaube, ich brauche mal ein Schnellfeuergewehr oder ein MG am besten. Ich glaube, ich habe den Kind da wieder rausholen. Also, documentaries habe ich hier. Wache, Wache, Wache. Ärger-Einheit. Wache, Emil-One Györö. Ich going full rampage. Muss ich jetzt aber auch gelohnt haben. Keine Ausrüstung. Warte, Fakt ist da eins. Dürfte hier doch gar keiner mehr existieren. Alles komplett umsonst gewesen. Warte, Fakt ist da eins. Hallo, falsches Crashbox-Arm. Wie heißt du? Meine Geduld ist bald zu Ende. Mitglied der Hutmacher. Ah, da oben sind noch mehr. Die Hutmacher. Ja, hallo? Hallo. 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 Wette Talia vor den Hutmachern. Talia ist Leibfache. Eins. Heute. 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 Hallo Talia. Sieh an. Der Meister-Assassine. Mhm. Sehr assassinisch. Wir wissen, wer Delilah ist. Nun, mein Onkel ist von ihr besessen, darum wird er Ihnen nichts erzählen. Ich verlange nur zwei Dinge. Lassen Sie meinen Onkel verschwinden. Und bringen Sie mir sein Testament. Als Gegenleistung erzähle ich Ihnen von Delilah Copperspoon. Und werde sie für ihre Mühen entlohnen. Anschließend kommen Sie zurück. Wir treffen uns am Hafen, wenn Sie Erfolg hatten. Okay. Ich muss sagen, der ist echt um einiges schwerer zu spielen als Corvo. Geht. Keine Munitionen mehr. Räumungspolzen. So, ich soll da drüben hin. Hier ist es voll mit Hutmachern. Hier drüben ist eine Ruhle. Da im Haus ist jemand. Ja, das ist nice. ist jetzt dahin geworfen danke für die pistole ich habe leute ausgeschaltet ohne dass ich sie umgebracht habe ist der da oben ein sieht steck dich du feigling mache ich dass du jetzt aufhörst jetzt müsste ich ja alle haben brustlos kommt gibt mir eine pistole kann ich nicht mehr nehmen essen gesundheits elixier da drüben ist irgendetwas erhalte da ist die ruse mit irgendwelchen fleisch holen kugeln und kann man nach wenn man weiter runter geht die runde besorgen die will ich da drüben ist ein 30 meter ein knochen artefakt was die runde aber jetzt nicht weiter runter auch bloß essen da habe ich alles für essen essen ist der justiz jahr bereich irgendwie aufs dach drüben will ich die ruhe haben wie komme ich dahin hier komme ich nicht lang das ist ein offenes fenster das ganz viel stoff einer maler würge gas würgestaub diese mächtige reizstoff kann geworfen werden und erzeugt eine giftwolke die gegnerin gegner vorübergehend erblinden lässt und ausschaltet räumungs bolzen noch weiter verzettet der lumpengräfin eine krakelige handschrift verfasst seite auf eine mit krakeliger handschrift verfasste seite aus einem alten manuskript gerissen grausam nennt sie nimmt die welt aus ihren gierigen händen legt sie vor den dunkelhäutigen bräutigam schneide scharf schneide tief es tropft rot zu rot nicht vergessen verbrennen es im ofen eines gesetzlosen fuß für mich liebster für ein leckeres geburtsmal die greife ja die zeit durchgedreht so da drüben oben ist das nächste hat nach da drüben drauf dann da drauf und dann irgendwie da hoch das am besten jetzt ohne gesehen zu werden ist ja klar dass da jemand ist das sind weiß aktualisiert will ich um das war eigentlich reingekommen meister das ist doch die letzte scheiße So, Hut einer der Hutmacherbande.